Musik Musik An den Kupferdraht und an den Eisendraht Mit Hilfe von Butter je ein Hörnli ankleben Und in die Tasse stellen Nun die Tasse mit heissem Wasser auffüllen Und beobachten, was passiert Wie man nun sehr schön erkennen konnte Dass zuerst beim Kupferdraht Die Butter zuerst geschmolzen wurde Und dann sich loslöste von dem Draht Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020